Die Kamera läuft, unsere Musikspur klingt und bitte. Danke Mama, danke Papa, dass ihr uns gemacht habt. Die Welt hat ein sehr strenges Format bekommen. In letzter Zeit eigentlich ein Format, was uns zurückwirft um Jahrhunderte. Wir haben keine Toleranz mehr zu Ausländern. Wir machen in der Bildung die engsten Geschichten. Wir verschulen alles. Meine Lehrerin hat jemand eine Gräzchen-Sauti gemacht. Über beide Türen bis ganz vorne, wo schien es gestern zu lacht. Auf unserer Klasse kann das ganz bestimmt niemand gesehen sein. Denn wir sind Friedenstube und wir lernen uns verstehen. Unsere Musikspur klingt. Sie hören. Und ihr Film läuft. 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 Das Schiff bewegt sich langsam aus dem Hafen, bläffert, backbord sehr konzentriert. Verpiss dich! Der Bläffert ist eigentlich einer, der gegen dieses Weltformat etwas ganz anderes setzt. Er sagt, ich mache Echtzeitaufnahmen, ich lasse mich nicht beschneiden, auch zeitlich nicht. Ich beschneide nichts, auch die Filme nicht, sondern ich zeige den Leuten die Natur so, dass sie hingucken müssen. Das ist kein Geheimnis, das hat seinen Grund, und er steht vor ihnen mit offenem Mund. Wir sind, drum strahlen wir so hell, von den Agaves die Schutzengel. Halleluja! Wir haben im Himmel heute offene Tür. Halleluja! Darum sind wir hier. Für uns persönlich war dieses Programm Weltformat auch die Entdeckung, dass wir als Kabarettisten hier ein Format wechseln. Wir machen eigentlich ein Kabarettkonzert und keine Kabarettshow oder Programm mehr. Das, was wir machen, ist so fest von Musik durchdrungen und auch die Musik spielt so eine große Rolle, dass sie fast inhaltlich wird. Und das macht uns Riesenspaß im Moment. Musik Musik Ah, ah, prüft! Ja, Bläffert möchte gerne Bilder aus der Echtzeit machen. Echtzeit, das ist was total anderes als diese Schrumpfzeit. Was? Der perfekte Abgang. Trocken, nicht hart, auf höchstem Niveau. So, ab jetzt nur noch so. Ab jetzt nur noch so.